Was geht ab, Leute? Als kleines Dankeschön für den ganzen Support von euch, habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt. Und zwar hat 50 Cent auch ein Buch rausgebracht. Hustle Harder, Hustle Smarter. Aber ich sage es fast auf Arabisch, Hustle. Auf jeden Fall dachte ich mir, eventuell interessiert es euch. Es gibt es leider nur auf Englisch, das Hörbuch, wo auch er selber spricht. Und ich dachte mir, es wäre ganz nett auf Deutsch. Und ihr könnt dreimal raten, was ich gemacht habe. Ja, ich habe den ersten Part auf jeden Fall für euch schon mal übersetzt. Das Ganze geht über 8 Stunden. Und ich dachte mir, ich fange einfach mit dem ersten Part mal an und gucke, wie es bei euch ankommt. Wenn es euch gefällt, lasst es mich in den Kommentaren wissen und natürlich ein Like da lassen. So, viel Spaß mit dem Hörbuch. Let's go. Einleitung seit Jahren haben mich Leute dazu ermutigt, ein Selbsthilfebuch zu schreiben. Sogar mit ein paar dicken Schecks gewunken. Ich habe immer abgelehnt. Nicht, dass ich nicht ein paar Mal nahe dran gewesen wäre. Ich bin sogar so weit gekommen, eines zu schreiben. Das 50. Gesetz mit dem großartigen Robert Greene. Aber trotzdem habe ich mich nie wohl gefühlt, mein eigenes zu schreiben. Ich mochte einfach die Idee nicht, mich selbst als Experte für das Leben zu präsentieren. Das mag seltsam klingen, wenn es von jemandem kommt, der nie versucht hat, dir zu sagen, wie viel Geld er hat, wie viele Platten er verkauft hat oder Fernsehshows produziert hat. Ja, ich habe mich wohl gefühlt, meinen Erfolg öffentlich zu teilen. Aber privat bin ich mir der Tatsache bewusst, dass diese Errungenschaften mein Leben nicht ganz richtig gemacht haben. Es gibt viele Dinge, die ich nach oben gebracht habe. Geld, Beziehungen, Chancen, Freundschaften. Was auch immer ich habe, genauso oft versagt, wie ich erfolgreich war. Was letztendlich der Grund ist, warum ich mich entschlossen habe, ein Buch zu schreiben. Es gibt nicht viele Menschen, die in dieser elitären Gruppe Erfolg auf dem Niveau erlebt haben. Dass ich habe, noch weniger mussten sich von ganz unten hochziehen als alleinerziehende Mutter, war sie gezwungen, Drogen zu verkaufen, um mich mehrere Jahre lang zu ernähren. Sie hatte Erfolg auf der Straße, aber wie bei fast jedem holten die Straßen sie schließlich ein. Sie wurde getötet, als ich acht Jahre alt war, und ich war gezwungen, zu meinen Großeltern zu ziehen, die bereits neun eigene Kinder großzogen. Als ich zwölf war, verkaufte ich Drogen auf denselben Straßen wie meine Mutter. Es war die Art von Umständen, die die meisten Menschen umhauen und dort halten, aber ich hörte nie auf, weiterzumachen. Ich fing mit Hip-Hop an, machte ein bisschen Lärm und wurde dann neunmal wegen Nachbarschaftsstreitigkeiten angeschossen. Das wäre für die meisten das Ende des Weges gewesen, aber ich fing gerade erst an. Ich erholte mich, arbeitete weiter an meiner Musik und brachte schließlich eines der bestverkauften »Debüt Alben« der Geschichte heraus, als ich 30 wurde, hatte ich zig Millionen Alben verkauft, produzierte und begann mein eigenes Biopic und wurde einer der ersten Hip-Hop-Künstler, der einen ich dachte, ich hätte den Kampf ein für alle Mal hinter mir gelassen, aber ich irrte mich. In den nächsten Jahren starb mein Mentor Chris Lighty unter tragischen Umständen. Ich wurde zur Zielscheibe für Gerichtsverfahren und das meiste Geld der Musikindustrie floss buchstäblich zur Tür hinaus, als MP3s für Play-CDs und meinen beispiellosen Erfolg. Die Leute konnten nicht genug von mir bekommen, selbst als die Dinge kompliziert wurden. Ich wurde immer beliebter, aber aus den falschen Gründen. Die Kräfte, die mich aufgebaut hatten, freuten sich jetzt über meine mögliche Zerstörung. Es war nie ein echter Tiefpunkt, nur wenige Tiefpunkte sind mit Gucci-Tapeten und Lamborghinis in der Garage gesäumt, aber mein Leben fühlte sich an, als würde es in die falsche Richtung gehen. Also was tat ich? Ich überdachte meine Herangehensweise und entledigte mich der Menschen mit überflüssigem Gepäck wie eine Schlange sich heunierst doch heilen. Ich arbeitete härter und klüger und indem ich mich dem Aufbau einer Beziehung zu meinem jüngsten Sohn Sire widmete, wurde ich auch ein besserer Mensch. Innerhalb von ein paar Jahren machte ich eine Reihe von Schritten, die zu einigen der größten Erfolge meiner Karriere führten. Ich kreierte und produzierte eine Hitshow für Stars Power. Schon bald dominierte ich die Einschaltquoten, so wie ich andere Rapper in den Charts dominierte, aber Power war nur der Anfang meines Masterplans. Im vergangenen Oktober unterzeichnete meine Firma G-Unit Film & Television Inc. einen Vierjahresvertrag mit Stars Lionsgate, der der größte in der Geschichte des Premium-Kabels sein soll. Und das ist nur. Eines der vielen Projekte, die ich in der Pipeline habe, die erfolgreichsten und glücklichsten haben einmal Erfolg. Ich habe es in vielerlei Hinsicht zweimal an die Spitze geschafft. Ich bin auf meine zweite Reise zum Gipfel stolzer als auf meine erste. Eine Menge Leute haben mich abgeschrieben, sagten, ich sei fertig sogar, um eine Phrase von einem meiner Alben zu entlehnen. Selbst zerstört. Ich habe alle Schlagzeilen gesehen. All das Gerede. Gehört. All die Feierlichkeiten meiner Misserfolge mitbekommen, was meinen Erfolg im Bereich des Fernsehens nur noch süßer gemacht hat. Es ist auch das, was mich schlussendlich angespornt hat, dieses Buch zu schreiben. Ich möchte, dass die Leute verstehen, dass es so etwas wie es zu schaffen nicht gibt. Egal wie viel Geld du stapelst, wie viel Ruhm du erlangst oder wie viel Erfolg du hast. Es wird mehr Kämpfe in deiner Zukunft geben. Mehr Dramen, mit denen du umgehen musst. Mehr Hindernisse, die dir in den Weg gelegt werden. Das Ziel ist nicht nur erfolgreich zu sein. Es geht darum zu lernen, wie man diesen Erfolg aufrecht erhält. Eine Fähigkeit, die ich auf die harte Tour lernen musste. Und eine, die ich dir heute in diesem Buch beibringen werde. Ich bin 44 Jahre alt. Ein Alter, von dem ich einst... dachte. Ich würde es nie erreichen. Verdammt, nur 21 zu werden. Schien an einem Punkt zu viel verlangt zu sein. Jetzt bin ich hier in meinem fünften Jahrzehnt mit ein paar grauen Strähnen in meinem Bart. Ich habe immer noch ein Sixpack. Und einen kräftigen Haaransatz. Aber ich fühle mich wohl, wo ich bin. Es ist ein reiferes Alter, eines, das mir erlaubt, mein Leben zu betrachten und genau zu beurteilen, was mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Und wenn ich versuche, meine Fähigkeit zusammenzufassen, immer wieder Wege zu finden, um an der Spitze zu bleiben, kann. Ich sehe, dass es auf zwei Haupteigenschaften hinausläuft. Ich habe das Herz eines Abzockers. Und ich bin furchtlos, mein Hauptziel für dieses Buch ist es dir zu helfen, die gleichen Eigenschaften zu entwickeln. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich darüber sprechen, dass diese Worte furchtlos und stricher von mir kommen. Diese Worte lassen dich wahrscheinlich an 50 Cent den Gangster denken, der Typ, der offen damit geprahlt hat, Drogen zu verkaufen, der neunmal angeschossen wurde und dem es nichts auszumachen schien, der sich mit einigen der gefürchtetsten Namen auf der Straße und im Hip-Hop angelegt hat und nie einen Rückzieher gemacht hat. Diese Heldentaten gehören alle zu 50 Cent, eine Persona, die ich angenommen habe, um mit dem Chaos und dem Wahnsinn umzugehen, den ich um mich herum gesehen habe, als ich aufwuchs. Aber dieses Buch ist nicht dazu gedacht, dich in den nächsten 50 Cent zu verwandeln. Aber dieses Buch ist nicht dazu gedacht, dich in den nächsten 50 Cent zu verwandeln. Verstehe das nicht falsch. 50 Cent war und ist immer noch ein echter Teil von mir. Aber wenn diese Persona alles für mich gewesen wäre, hätte ich niemals den Erfolg aufrechterhalten können, den ich erreicht habe. Deshalb werde ich in diesem Buch die Gedanken von 50 Cent und Curtis Jackson teilen. Ich nannte mich erst 50 Cent, als ich älter war, aber seit ich ein Kind war, hatte ich immer das Gefühl, dass ich zwei Seiten habe. Zwei Identitäten, mit denen ich mich wohlfühlen musste. Die Seite, die es mir erlaubte, im Haus meiner Großmutter zu existieren, wurde nicht toleriert. Es gab Zeiten, in denen ich mich fragte, ob etwas mit mir nicht stimmte, ob alle anderen dieses Gefühl der Dualität in sich trugen, ob ich ein bisschen verrückt war. Heute kann ich sehen, dass nichts daran falsch war, ganz im Gegenteil. Meine Fähigkeit, beide Persönlichkeiten zu nutzen, war eine meiner größten Stärken. 50 Cent hat mich an die Spitze gebracht. Curtis Jackson ist der Mann, der mich dort gehalten hat. Ich habe mich schon länger in der amerikanischen Geschäftswelt bewegt, als ich gedealt habe. Ich habe von 12 bis 24 nur schmutziges Geld verdient. Von 25 bis 44 habe ich legales Geld in der Geschäftswelt verdient. Das ist fast doppelt so lange nicht überraschend. An diesem Punkt erscheinen mir die Straßen in der Geschäftswelt oft gar nicht so verschieden. Beide spielen fair. Beide sind extrem wettbewerbsorientiert. Beide sind rücksichtslos. Und man kann trotzdem beide dominieren. Wenn man einige grundlegende Prinzipien befolgt sei. Furchtlos. Die meisten Menschen laufen vor dem Weg, wovor sie Angst haben. Ich laufe darauf zu, was nicht heißt, dass ich mich für kugelsicher halte. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass ich es nicht bin oder dass ich mir der Gefahr nicht bewusst bin. Ich habe genauso viel Angst wie jeder andere Mensch. Aber einer der größten Fehler, den Menschen machen können, ist, sich mit ihren Ängsten anzufreunden. Was auch immer mich beunruhigt, ich stelle mich der Angst und setze mich mit ihr auseinander, bis die Situation gelöst ist. Meine Weigerung, mich mit der Angst anzufreunden, verschafft mir in fast jeder Situation einen Vorteil. Kultiviere. Das Herz. Eines Hustlers. Hustling wird vielleicht mit dem Verkauf von Drogen in Verbindung gebracht. Aber es ist auch eine Charaktereigenschaft, die Gewinner in jedem Beruf haben. Steve Jobs war bei Apple genauso ein Hustler wie ich auf der Straße. Der Schlüssel zum Aufbau dieser Eigenschaft in deiner eigenen Persönlichkeit liegt darin, zu akzeptieren, dass du nie auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitest. Hustling ist ein Motor, der jeden Tag in dir laufen muss und sein Treibstoff ist Leidenschaft. Wenn du diesen Motor am Laufen halten kannst, wird er dich überall hinbringen, wo du im Leben hin willst. Baue. Eine starke Crew. Auf. Du wirst nur so stark sein, wie die schwächste Person in deiner Mannschaft. Deshalb musst du extrem darauf achten, wen du um dich herum hast. Verrat ist nie so weit weg, wie du gerne glauben würdest. Deshalb ist es zwingend notwendig, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Aufbau von Vertrauen und Disziplin in den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest und ihnen die Freiheit zu geben, sie selbst zu sein. Wenn du dieses Gleichgewicht herstellen kannst, wirst du in der Lage sein, das Allerbeste aus deinem Team herauszuholen. Erkenne deinen Wert, einer der Eckpfeiler meines nachhaltigen Erfolgs ist, dass ich nichts überstürze. Einer der Eckpfeiler meines nachhaltigen Erfolgs ist, dass ich mich nicht in Geschäfte stürze, auch wenn ich zum Synonym dafür werde, bezahlt zu werden. Ich jage nie dem Geld hinterher. Ich bewerte jedes neue Unternehmen auf der Grundlage seines langfristigen Potenzials und nicht danach, wie der erste Scheck aussieht, den ich bekomme. Der Grund, warum ich das tue, ist, dass ich höchstes Vertrauen in meinen eigenen Wert und meine Fähigkeiten habe. Ich bin mir sicher, dass ich, solange ich auf mich selbst setze, immer gewinnen werde, entwickle dich oder stirb. Wenn ich nicht willens oder in der Lage gewesen wäre, mich als Individuum weiterzuentwickeln, wäre ich jetzt tot oder im Gefängnis einer, der Schlüssel zu meinem Erfolg ist, dass ich in jeder Phase meines Lebens, in jeder Phase meines Lebens, war ich bereit, jede neue Situation, in der ich mich befand, zu bewerten und die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Während ich immer aus den Lektionen, die ich auf der Straße gelernt habe, schöpfe, werde ich mich nie darauf beschränken. Stattdessen versuche ich immer, neue Informationen aus so vielen Quellen wie möglich aufzunehmen. Es ist mir egal, woher du kommst oder wie du aussiehst. Wenn du Erfolg geschaffen hast, möchte ich von dir lernen. Gestalte deine Wahrnehmung. Alles, was du mit der Welt teilst. Deine Worte. Deine Energie. Was du trägst. Erzählt eine Geschichte. Du musst sicherstellen, dass deine Erzählung dich immer als die Person darstellt, als die du gesehen werden willst, auch wenn deine Realität eine etwas andere Geschichte erzählt. Eines der Geheimnisse, um im Leben zu bekommen, was du willst, ist, die Wahrnehmung zu schaffen, dass du nichts brauchst. Das kann eine schwer zu projizierende Energie sein, besonders wenn du dich abmühst, aber wenn du dich dieser Wahrnehmung verschreibst, wirst du beruflich, persönlich und sogar romantisch attraktiver sein. Hab keine Angst zu konkurrieren. Einige Leute versuchen, mich als Troll oder Tyrann darzustellen oder tyrannisch darzustellen, aber das stimmt nicht. Mein erster Instinkt ist es immer, positive und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Aber wenn jemand nicht daran interessiert ist, mit mir befreundet zu sein, bin ich mehr als zufrieden damit, mit ihm feindlich zu sein. Der Grund dafür ist, dass ich glaube, dass Wettbewerb für alle beteiligten Parteien gesund ist, egal ob es darum geht, es mit etablierten Rappern oder erfolgreichen Fernsehshows aufzunehmen. Ich habe meine größten Erfolge immer dann erlebt, wenn ich mich meinen Rivalen frontal und ohne zu zögern gestellt habe. Lerne von deinen Elfen so viele Siege wie ich im Laufe der Jahre errungen habe, habe ich noch viel mehr erlebt im Laufe der Jahre, habe ich viel mehr Verluste erlebt. Das macht mich nicht zu einer Ausnahme unter den erfolgreichen Menschen. Es macht mich zur Regel, ich kenne keinen wohlhabenden Rapper, Mogul, Führungskraft oder Unternehmer, dessen Verluste ihre Gewinne nicht bei weitem überwiegen. Was diese Menschen von der Meute unterscheidet ist, dass sie sich nicht über ihre Verluste beschweren oder sich vor ihnen verstecken, sondern aktiv versuchen, aus ihnen zu lernen, vermeide die Anspruchsfalle. Mir wurde im Leben nie etwas geschenkt. Ich musste für alles kämpfen, was ich mir verdient habe. Deshalb hat sich das Konzept der, du wirst niemals dauerhaften Erfolg haben, solange du nicht die volle Verantwortung für das übernimmst, was in deinem Leben passiert. Niemand schuldet dir irgendetwas. Genauso wenig wie du irgendjemand anderem etwas schuldest, sobald du diese fundamentale Wahrheit akzeptierst und akzeptierst, dass du deine Reise selbst kontrollierst. So viele Türen werden sich vor dir öffnen, die die gleichen Kleider tragen, als du aufwuchst, wurde Lesen oft als eine Aufgabe gesehen, die man ertragen muss. Anstatt wegen dieser Mentalität, egal wie viele Geheimnisse ich in diesem Buch über das Glücksgeschäft und die Verbesserung deines Lebens teile, Es gibt viele Leute in der Gosse, die sie trotzdem nie finden werden. Sie setzen sich einfach nicht hin und lesen Bücher. Sie gehen vielleicht tausendmal an einem Buch wie diesem vorbei, bis es verstaubt ist, bevor sie überhaupt daran denken, es aufzuschlagen. Es ist auch nicht ganz ihre Schuld. Viele Bücher sind nicht in einer Sprache geschrieben, die sich für jeden zugänglich anfühlt. Ich persönlich habe erst mit dem Lesen angefangen, als ich Autoren wie Donald Goins in Iceberg Slim fand, die in einer Stimme schrieben, die mir vertraut vorkam. Mit diesem Stil fühlte ich mich wohl. Und als ich das einmal hatte, gab mir das das Vertrauen, mich mit Autoren zu beschäftigen, die nicht aus dem gleichen Herkunftsmilieu stammen wie ich. Autoren wie Don Miguel Ruiz, Paolo Coelho und einer, der sogar zu einem engen Freund und Kollaborateur geworden ist, Robert Green. Selbst wenn du nicht von der Straße kommst und wenn man bedenkt, wie vielfältig mein Publikum geworden ist, ist die Chance groß, dass du es nicht bist. Viele Menschen haben heutzutage das Lesen durch Klicken ersetzt. Sie überfliegen die Oberfläche eines Themas? Vielleicht schauen sie sich ein kurzes Video an, vielleicht lesen sie eine Wikipedia-Seite und haben das Gefühl, dass sie Arbeit geleistet haben. Sorry, aber ein paar Klicks und Scrolls sind einfach nicht genug. Ich habe herausgefunden, dass man über mehrere Beispiele lernen und über mehrere Szenarien lesen muss, bevor bestimmte Prinzipien anfangen zu sinken, nachdem sie dieses Buch beendet haben, nehmen sie vielleicht nur ein paar der Prinzipien. Mit das war der Fall. Als ich Roberts 48 Gesetze der Macht gelesen habe, frag mich heute, worum es in diesem Buch ging und alles, was ich dir sagen kann, ist, dass der Schüler nie den Meister übertrifft. Es gab noch 44 andere Gesetze in diesem Buch, aber dieses blieb in meinem Hirn und weil es mich nie verlassen hat, konnte ich es über die Jahre so oft anwenden. Ich habe buchstäblich Millionen gemacht, indem ich mich daran erinnerte, dieses Prinzip zu befolgen. Meine Hoffnung ist, dass du dieses Buch mit mindestens einem fundamentalen Prinzip verlässt. Vielleicht geht es um Furchtlosigkeit. Vielleicht geht es um die Kontrolle der Perspektive oder um die Wichtigkeit, sich einzubringen. Welches Prinzip auch immer bei ihnen anklingt, behalten sie es bei sich, bis es Teil ihres Lebens wird. Wenn sie an der Spitze des Spiels stehen, wenn sie all das Geld haben, dann ändert sich ihre Perspektive und sie fangen an, darauf zu schauen, was wirklich wichtig ist, wie sie anderen Menschen helfen. Ich bin niemand, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht. Wenn ich mit 70 noch da bin, möchte ich immer noch etwas beitragen. Ich werde vielleicht nicht mehr so viel von mir verlangen, aber ich werde immer noch ein Teil der Kultur sein und helfen, sie voranzutreiben. Ich werde vielleicht nicht mehr herumhüpfen, aber ich werde immer noch da sein und versuchen zu helfen. Ich habe Menschen auf eine Art und Weise geholfen, die du vielleicht noch nicht gesehen oder gehört hast. Aber dieses Buch ist eine der effektivsten und weitreichendsten Arten, wie ich es tun kann für jeden rücksichtslosen Tweet oder wilden Text von 50 Cent, gibt es eine Methode, wie Curtis Jackson sich bewegt. Eine Strategie hinter jeder Aktion, die kampferprobt ist und nachweislich funktioniert. Dies ist meine Chance, diese Strategien mit dir zu teilen, damit du dich mit Zielstrebigkeit und Zuversicht in deinem eigenen Leben bewegen kannst. Ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Kapitel 1 Furchtlosigkeit finden Ich würde keinen Mucks für einen Mann geben, der nicht manchmal Angst hat. Angst ist die Würze, die es interessant macht, voranzugehen. Daniel Boone vor ein paar Jahren stellte ich einen französischen Typen namens Quarantine Velmer ein, um meine Website zu betreiben, wenn er nicht für mich arbeitete. Eines von Quarantines Hobbys war es, Selfies zu machen in spektakulären Situationen, indem er sich Seed Beinbertland Breigree Immer hier Seed Crawl Rhymory Breigree Prey Bein Seed Care in der Regalat Brian Seed Care auf den Rand einer Klippe stellte oder auf dem Dach eines Hochhauses saß und seine Beine über die Seite baumeln ließ. Als er diese Bilder den Jungs in meinem Büro zeigte, schüttelten sie den Kopf und lachten und sagten, dass nur ein weißer Mann so etwas tun würde. Es war wie Fallschirmspringen oder der Versuch, wilde Tiere zu streicheln. Ein unnötiges Risiko, dass nur jemand eingehen würde, der nie eine echte Gefahr erlebt hatte. Ich sah das anders. Ich sah die Gelegenheit zur Freiheit. Also nahm ich eines Tages Quarantine mit aufs Dach meines alten Büros am Times Square, um ein paar eigene Fotos zu machen. Aber anstatt einfach meine Beine über die Seite baumeln zu lassen, beschloss ich zu Annie, aufs Dach zu gehen. Auf dem Dach war ein Wasserturm, eine hölzerne, fassähnliche Struktur, die mehrere Stockwerke über uns aufragte. Ohne zu zögern, kletterte ich die klapprige Leiter hinauf und setzte mich auf die Kante. Ich muss 40 Stockwerke in der Luft unter mir gewesen sein. Die Leute in den Straßen sahen aus wie Ameisen in einem Picknick. Wenn ich ausgerutscht wäre, hätte es eine lange Reise hinunter auf den Bürgersteig gegeben, die Pfähle. Und ich war ein sehr hoch. Aber ich hatte keine Angst. Stattdessen genoss ich die spektakuläre Aussicht, das New York Times Gebäude, überragte mich zu meiner Linken und der Hudson River glitzerte hinter mir. Ich fühlte mich unglaublich lebendig. Meine Heimatstadt aus der Vogelperspektive zu sehen, erfüllte mich mit dem gleichen Ehrgeiz, den ich als junger Mann verspürt hatte. New York City lag mir buchstäblich zu Füßen, die Stadt der Träume. Ich würde mich weiter anstrengen, um jeden Einzelnen von ihnen zu verwirklichen. Ich lehnte mich zurück und stellte mich unter Quarantäne, um ein spektakuläres Foto für EJ zu schießen. Als ich in mein Büro zurückkam, postete ich es mit dieser Beschriftung. Ich lebe am Rande. Ich bin nur frei, weil ich keine Angst habe. Alles, wovor ich Angst hatte, ist mir schon passiert. Viele Leute lieben es zu posten. Das ist echt, einer schrieb mit einer anderen Anzeige. Mann. Das ist ein starkes Wort, aber nicht jeder wusste es zu schätzen. Etwa eine Woche, nachdem ich das Bild gepostet hatte, erhielt ich einen Brief von meiner Versicherung, in dem sie mir erklärten. Wenn ich mein Leben noch einmal wissentlich so riskieren würde, würden sie meine Versicherung sofort kündigen. Die Versicherung hätte nicht überrascht sein sollen, wenn es eine Eigenschaft gibt, die mich seit frühester Zeit auszeichnet. Wenn es eine Eigenschaft gibt, die mich seit frühester Zeit ausmacht, dann ist es Furchtlosigkeit. Viele Menschen denken wahrscheinlich, dass ich als Gefühlsmensch geboren wurde. Ich projiziere diese Energie. Aber das stimmt nicht. Ich hatte als Kind Angst vor der Dunkelheit, genauso wie ich definitiv Angst hatte, getötet zu werden, als ich auf der Straße war oder versteinert war, zu versagen, als ich anfing zu rappen. Ich habe Angst und Ängste aller Art erlebt. Der Unterschied ist, dass ich mich weigere, es mir zu erlauben, mich in all diesen Angstzuständen wohlzufühlen, bequem zu werden. Bequemlichkeit, die ich gelernt habe, ist ein Traumtöter. Sie erstickt unseren Ehrgeiz, macht unsere Vision blind und fördert Selbstzufriedenheit die Nummer eins, mit der sich die meisten Menschen wohlfühlen. ist Angst. Die meisten Menschen fühlen sich mit der Angst wohl, nicht, dass sie es zugeben würden. Fragen sie jemanden, ob sie in einem ständigen Zustand der Angst leben und er wird wahrscheinlich sagen, natürlich nicht. Das ist nur Stolz, obwohl die Angst das Leben der meisten Menschen beherrscht. Angst vor Verlust, Angst vor Versagen, Angst vor dem Unbekannten, Angst vor der Einsamkeit. Ich glaube nicht, dass es etwas Beschämendes ist. Angst zu empfinden. Ein bisschen Paranoia ist tatsächlich extrem hilfreich. Es gibt eine Menge realer Gefahren da draußen, eine Menge Menschen mit schlechten Absichten. Wenn man sich dieser Möglichkeiten bewusst ist, fällt es einem leichter, sie zu vermeiden, was man nicht tun kann, ist, sich mit einer dieser Angstzustände zufrieden zu geben. Wenn man sich verloren fühlt, kann man sein Leben nicht damit verbringen, Intimität und Liebe zu meiden. Etwas, womit ich gekämpft habe, wenn man Versagen fürchtet, kann man nicht aufhören, Risiken einzugehen. Wenn man das Unbekannte fürchtet, kann man nicht aufhören, neue Erfahrungen zu machen. Es ist nicht der Tod, den ein Mensch fürchten sollte, sagte der römische Kaiser und Philosoph Markus Aurelius, sondern er sollte fürchten, niemals zu leben zu beginnen. Ich kann die Wurzeln meines eigenen Gefühls der Furchtlosigkeit auf einen bestimmten Einfluss zurückführen, den Tod meiner Mutter. Das ist eine besondere Art von Angst, die schwer zu beschreiben ist, mehr als neunmal angeschossen zu werden. Der Verlust meiner Mutter war das Bedeutendste, was mir je passiert ist. Selbst im mittleren Alter konnte ich ihren Verlust noch spüren. Aber durch ihren Tod schaffte es meine Mutter, mir ein seltenes Geschenk zu geben, die Furchtlosigkeit zu sehen. Es würde viel Zeit brauchen, bis diese Eigenschaft in mir voll erblühen würde. Ich müsste leider noch viel mehr schwierige und gefährliche Momente erleben, bis sie zur zweiten Natur würde. In diesem Kapitel werde ich einige Erfahrungen und Situationen schildern, die dazu beigetragen haben, dieses Gefühl von Mut in mir zu fördern, dass es mir ermöglichte, zu akzeptieren, dass das, was auf der anderen Seite der Angst lebt, nicht die Gefahr oder gar der Tod ist, sondern die Freiheit. Ich möchte dir zeigen, dass Furchtlosigkeit eine Stärke ist, die du auch entwickeln kannst. Ein Muskel, den du hoffentlich aufbauen kannst, ohne das Trauma erleben zu müssen, das meines so stark gemacht hat. Du musst nicht deine Mutter verlieren oder überleben, neunmal angeschossen zu werden, um den Glauben zu entwickeln, dass du überleben kannst. Alles, was dir passiert. Das Einzige, was du nicht überwinden kannst, ist niemals Risiken einzugehen. Hab. Keine Angst, davor getroffen zu werden. Mannschaftssportarten waren als Kind nicht mein Ding. Egal, was wir spielten. Football, Basketball. Oder Baseball, wenn wir verloren haben, war ich immer schnell dabei zu sagen, wessen Schuld es war. Yo. Wir sind aufgeflogen, weil du deinen Mann nicht bewachen kannst. Ich könnte einem Mannschaftskameraden sagen, der in der Verteidigung beim Basketball auf die Fresse gekriegt hat. Er hat dir den Arsch aufgerissen. Wir haben wegen dir verloren. Bro. Es war nicht so, dass ich versucht habe, mich zu drücken. Es war nicht so, dass ich mich der Verantwortung entziehen wollte, wenn ich ein schlechtes Spiel machte. Oder meinen Mann nicht bewachen konnte. Ich wäre der Erste, der das zugeben würde. Es war eher so, dass ich es nicht mochte, dass mein Erfolg von den Fähigkeiten oder der Unfähigkeit eines anderen abhing. Es ist ein Gefühl, das ich bis heute nicht abschütteln konnte. Ich sage immer, wenn ich jemals auf ein Pferd auf der Rennbahn wetten würde, dann lass es mich sein, verdammt nochmal. Denn ich weiß, dass ich so hart rennen werde, wie ich kann. Ich war klug genug zu akzeptieren, dass ich emotional nicht für Mannschaftssportarten geeignet war. Ich brauchte einen Sport, bei dem es meine Schuld war, wenn ich verlor. Ich brauchte eine Sportart, bei der es allein meine Schuld war, wenn ich verlor, individuelle Sportarten wie Golf und Tennis. Geboren Sportarten, die jeder spielte, den ich kannte. Ich lebte nur etwa 20 Minuten von dem Ort entfernt, wo die US Open gespielt werden in Flushing, aber es hätte genauso gut in einem anderen Bundesstaat sein können und in meinem Kiez fand man sich normalerweise nur beim Rennen wieder. Wenn man gejagt wurde, es gab jedoch eine Polizei Athletic League Boxhalle in meiner Nähe, die von einem lokalen Kämpfer namens Allah geleitet wurde. Er kam aus den nahegelegenen Daisy Projects und wuchs in den Tagen auf als ein starker Knöchelkampf. Etwas war, das die Leute respektierten und fürchteten. Ich trainierte mit Understanding, als ich etwa zwölf Jahre alt war und ich wusste fast sofort, dass Boxen das Richtige für mich war. Eines Tages hing ich in der Turnhalle ab, als ein Straßenkumpel namens Black vorbeikam in Begleitung eines seiner Jungs. Blackie, wie wir ihn nannten, war einer der angesehensten Dealer in Baisley, ein Top-Lieutenant für Supreme Team, die größte Drogencrew in Queens zu der Zeit. Sein Junge war im Wesentlichen seine Muskeln eine ständige Präsenz, um sicherzustellen, dass seine Rivalen zweimal nachdenken mussten, bevor sie es versuchten. Sie waren in der Nachbarschaft bekannt, die Art von jungen Männern, mit denen man keine Probleme haben wollte. In der Turnhalle wurde es still, als wir alle beobachteten, wie Black und sein Junge herumliefen. Dann blieb er ohne ein Wort wie sein Junge vor einem der schweren Säcke stehen und fing an, ihn zu schlagen. Bam, 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 bam. Als der Jüngste im Raum würde der gesunde Menschenverstand vorschreiben, dass ich meinen Mund halte und nur beobachte. Aber vielleicht, weil ich der Jüngste war, fühlte ich mich ein wenig mutiger und meine große Klappe war das Bessere für mich, sobald der Typ fertig war. Als der Kerl mit den Säcken fertig war, rief ich ihm zu. Hey, Mann, du siehst gut aus, wenn du den Sack triffst. Ich sagte laut genug, dass jeder in der Halle. Es hören konnte, aber der Sack schlug nicht zurück. Blacky drehte sich um. Was sagst du, Junge? Du sprichst mit mir. Nein. Ich antwortete schnell. Ich spreche mit ihm. Ich nickte in Richtung seines Mannes. Die meisten Kerle in dieser Position hätten mir den Arsch versohlt oder Schlimmeres auf der Stelle, aber diese Kerle nahmen mein Reden und meinen Schritt. Blacky hatte einen großzügigen Geist. Freyett stimmte zu und steckte viele seiner Kollegen an, anstatt beleidigt zu sein. Sie respektierten beide. Ja, ich mag diesen Jungen, sagte er und gestikulierte zu mir. Wir werden hier ein paar Champions herausbringen, denn diese kleinen Verrückten allein diese Anerkennung hätte mir den ganzen Tag versüßt. Stattdessen hat Blacky uns noch einen Gefallen getan. Diese Turnhalle könnte etwas Arbeit gebrauchen, wenn wir das Beste aus diesen Kämpfern herausholen wollen, verkündete er und schaute sich in der schäbigen Umgebung um. Was für Sachen ihr alle braucht, schreibt alles auf zwei Wochen später war die Turnhalle komplett neu eingerichtet. Blacky hatte uns Boxen besorgt, Schuhe, Trunks, neue Seile, Boxsäcke und eine neue Anlage, um die alte, rostige Anlage zu ersetzen, die wahrscheinlich seit 18 Jahren nicht mehr in Betrieb war, den 60er Jahren nicht mehr erneuert worden war. Von da an kümmerte sich Blacky um uns. Was auch immer wir brauchten, er besorgte es uns. Obwohl es technisch gesehen das Gebäude des Parks und der Freizeitabteilung war danach, war es Blackys Turnhalle. Ich hatte meine große Klappe nicht aufgemacht, nur um sie zu füttern, aber das war es, was am Ende passierte. Es war eine wichtige Lektion für mich zu lernen. Du musst die Angst in Momenten des Handelns und jeder Gelegenheit beugen, weil die furchtlos nicht nur erkannt, sondern oft auch belohnt, wird. Ich betrat diese Turnhalle als stämmiger Zwölfjähriger, die 51 Pfund, die ich mit mir herumschleppte, ließen mich älter erscheinen, als ich war. Habt ihr schon mal den Ausdruck gehört, über seinem Gewicht zu boxen? In dieser Turnhalle musste ich vom ersten Tag an über meinem Gewicht und meinem Alter boxen. Es gab keine anderen Kinder in meinem Alter im Programm, also musste ich gegen jeden kämpfen, der in meiner Gewichtsklasse war, was in der Regel Gegner bedeutete, die vier bis fünf Jahre älter waren als ich. Das mag nicht wie eine große Sache erscheinen, aber es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen einem Zwölfjährigen und einem Siebzehnjährigen. Diese Siebzehnjährigen waren im Grunde Männer, während ich noch darauf wartete, dass meine Eier abfallen. Ich war zwar in der gleichen Gewichtsklasse, aber mir fehlte ihre Kraft und Reife. Es war verdammt einschüchternd, mit diesen Jungs in den Ring zu steigen. Ich habe mich dieser Angst nie hingegeben, vor allem weil Allah Verständnis sich weigerte, mich zuzulassen. Eines der besten Dinge, die er und andere Trainer taten, war, dass sie sich weigerten, mich zu umarmen, wenn mich ein älterer Junge ins Gesicht schlug, während wir Sparing machten. Sie unterbrachen nicht, die sie unterbrachen, das Verfahren nicht, um zu fragen, ob es mir gut ginge. Sie wollten mir beibringen, weiterzukämpfen, egal wie viel Angst ich hatte oder wie verletzt ich war, die Lektion, die ich von diesen Arschwaffen lernte, war eine doppelte. Erstens lernte ich, dass ich sie überleben konnte. Ja, ins Gesicht getroffen zu werden, war nicht angenehm. Es würde dich desorientiert zurücklassen. Es würde schmerzen. Es könnte deine Augen wärmer werden lassen. Aber diese Schläge töteten mich nicht. Hella haute mich nicht einmal um, sobald ich erkannte, dass ich sie absorbieren und weiter vorwärts gehen konnte. Der größte Teil der Angst, die ich gefühlt hatte, verflog. Zweitens Und ich stehe für immer in Allas Schuld. Ich habe gelernt, dass, wenn ich nicht gerne geschlagen werde, dann muss ich etwas dagegen tun. Halte deine Hände hoch, wenn ich meine Deckung vernachlässige. Markiert mich mein Gegner. Wenn mein Gegner anfängt, mich mit Bodyshots zu bearbeiten, nachdem er mich in der Ecke gefangen hat, schreien. Viele geht zurück in die Mitte des Ringes Bestrafung, die ein stehender Löwe mir beigebracht hat, war nichts, was ich akzeptieren musste. Ich konnte immer etwas dagegen tun. Sie wussten, dass ich überdimensioniert und oft unterlegen war, aber sie weigerten sich zu schmusen. Hast du jemals ein Kind gesehen? Das hinfällt und sich das Knie aufschürft, wie es reagiert. Hängt größtenteils von der Reaktion der Eltern ab, wenn die Eltern rüberlaufen und besorgt Eier sagen, Oh Baby, geht es dir gut? Wird das Kind wahrscheinlich weinen. Aber wenn die Eltern die Situation einschätzen und denken, dass es dem Kind gut geht und nicht fragen, ob es ihm gut geht, wird das Kind einfach sein Knie abwischen und zu dem Spiel zurückkehren, das es gespielt hat. Das ist die Art von elterlichem Verständnis, das ich hatte. Er hat mich gelehrt, geschlagen zu werden und zu dem zurückzukehren, was ich getan habe. Er war nicht herzlos. Er versuchte, mich darauf zu konditionieren, die unvermeidlichen Schläge, die das Leben auf mich niederprasseln ließ, abzuwehren und mich dahin zu bringen, wo ich hinwollte, anstatt dorthin gestoßen zu werden. Sobald ich lernte, keine Angst vor Schlägen zu haben, wurde ich ein viel besserer Boxer. Anstatt ständig auf den Fersen zu bleiben, besorgt darüber, was mein Gegner mir antun würde, brachte ich den Kampf zu meinem Gegner. Ich lernte, die Bedingungen der Konfrontation zu diktieren. Wenn ich verlor, war es nicht, weil ich in die Ecke gedrängt und geschlagen wurde. Wenn ich verloren habe, dann nicht, weil ich in die Ecke gedrängt und niedergeschlagen wurde, sondern weil ich das wollte, was ich wollte und einfach auf jemanden mit mehr Können traf. Es ist lange her, dass ich im Ring ins Gesicht geschlagen wurde, aber ich habe versucht, diese Einstellung bei allem, was ich tue, beizubehalten. Ich weigere mich, Angst zu haben, einen Schlag einzustecken. Ich weiß, die Schläge werden kommen und einige werden mich ins Taumeln bringen, aber ich werde in der Lage sein, sie einzustecken. Viele von euch sind wie das Kind, das in der Schule hinfällt und darauf wartet. Dass seine Mama kommt und sagt, Baby, geht es dir gut? Mir geht es gut. Nicht, wenn ich hinfalle. Ich warte nicht auf ein mitfühlendes Wort oder darauf, dass jemand nach mir sieht. Ich komme sofort wieder auf die Füße und setze meine Reise fort. Ich habe akzeptiert, dass die Schläge im Leben kommen werden und einige von ihnen werden landen, aber ich werde immer überleben und weiter für die Dinge kämpfen, die ich will. Das muss auch eure Einstellung sein. Euch der Angst zu stellen. Wie ich schon sagte, der Tod meiner Mutter hat mich gezwungen, meine Immunität gegen Angst aufzubauen zu lernen, wie man ins Gesicht geschlagen wird. Eine Zeit lang schien es so, als ob Angst eine Emotion wäre, mit der ich mich nie wieder auseinandersetzen müsste. Es war aber nicht der Fall. Angeschossen zu werden, hat dieses Gefühl definitiv wieder in mir geweckt. In den Wochen nach dem Vorfall hatte ich große Angst vor den Menschen, die auf mich geschossen hatten. Ich wusste, dass sie immer noch da draußen waren, nicht sehr weit entfernt und begierig darauf, die Arbeit zu beenden, die sie begonnen hatten. Zusätzlich zu der emotionalen Angst hat mich auch der körperliche Schmerz, angeschossen zu werden. Wieder mit Angst konfrontiert, nicht in dem Moment, in dem ich getroffen wurde. Das Adrenalin verhindert, dass man zu viel davon spürt. Aber in den folgenden Monaten, wenn das Adrenalin nachlässt und der Arzt dir sagt, dass du es schaffst, fängst du an akut die Auswirkungen der Kugeln zu spüren, die sich durch die Muskeln bohren und die Knochen pulverisieren. Ich spürte überall Schmerzen. Mein Bein ging durch den Daumen oder durch die Wange. Monatelang war es, als hätte ich Kopfschmerzen im ganzen Körper, ein unerbittliches und tiefes Pochen, von dem ich nicht wusste, dass man es im Bein oder in der Hand spüren kann. Jedes Mal, wenn ich zur Physiotherapie gehen musste. Jedes Mal, wenn ich zur Physiotherapie musste, um mein Bein zu belasten oder das Narbengewebe an meinem Daumen zu durchbrechen, tat es höllisch weh. Ich merkte, dass ich Angst hatte, diesen Prozess noch einmal durchzumachen, vielleicht sogar noch mehr, also starb ich nicht. Aber als meine Reha fortgesetzt wurde, erkannte ich auch eine andere wichtige Wahrheit. Ich fühlte mich nicht wohl dabei, Angst zu haben. Das mag offensichtlich klingen, aber ich denke, es ist das, was mich einzigartig macht. Die meisten Menschen fühlen sich extrem wohl mit ihren Ängsten. Angst vor dem Fliegen. Bleib weg von Flugzeugen. Angst vor Haien. Geh nicht schnorcheln im Karibikurlaub. Ich habe es gehasst. Angst zu haben. Ich habe es gehasst, über die Schulter zu schauen. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, mich zu verstecken. Das wäre fast schlimmer gewesen, als erschossen zu werden. In gewisser Weise waren die körperlichen Schmerzen, die ich ertragen musste. Mein Freund, sie haben mich weitergetrieben, als die meisten Menschen bereit sind zu gehen. Vertrauen sie mir. Wenn man so schwer verletzt wird, gibt es eine Veränderung. Man will das Problem angehen, anstatt davor wegzulaufen. Was genau? Das ist, was ich will. Das ist genau das, was ich tat. Nach einigen Wochen. Reha ging ich zurück zum Haus meiner Großmutter in Queens. Buchstäblich zurück zum Tatort. Das war an sich schon ein großer Schritt für mich. Psychologisch. Das Einfachste und Vernünftigste wäre gewesen, weit weg zu ziehen, ein Ort, wo mich niemand außer meinen engsten Freunden sehen würde. Es musste. Nicht einmal weit sein, was die Kilometer angeht. Ich hätte in die Bronx oder nach Staten Island ziehen können und es wäre wie in ein anderes Land gegangen. Ich war entschlossen, keinen Zentimeter nachzugeben. Zu meiner Angst wollte ich dorthin zurückkehren, wo ich sein wollte. Das war das Haus meiner Großmutter, als ich die Reha verließ. Sagten mir die Ärzte, ich solle anfangen zu joggen, um Ausdauer aufzubauen und meine verletzten Beine zu stärken. Ich hielt mich an diesen Plan. Aber fast sofort stieß ich auf ein Hindernis. Eines Morgens warf ich einen Blick aus dem Fenster meiner Großmutter und sah jemanden, den ich nicht erkannte. Vor ihrem Haus. Für mich war er zu sehr bemüht, unauffällig auszusehen und sich einzugliedern. Ich war zugegebenermaßen in einem sehr paranoiden Zustand, also könnte es nichts gewesen sein, aber Paranoia schärft die Sinne, so wie der scharfe Geruchssinn einer Antilope einen Löwen aus Hunderten von Metern Entfernung erkennen kann. Vielleicht spürte ich mein eigenes Raubtier. Ich sagte das Joggen ab, das ich für den Tag geplant hatte und auch für den nächsten Tag, nachdem ich den gleichen Typen wieder auf der Straße lauern sah, zu diesem Zeitpunkt war ich sehr verwirrt. Waren meine geschärften Sinne, die mich auf eine unsichtbare Gefahr hinwiesen? Oder bildete ich mir Minuten ein, die nicht wirklich da waren? Ich konnte es nicht sagen. Alles, was ich sicher wusste, war das. Die Angst begann mich zu verzehren. Vielen Dank. Vielen Dank.